Sie haben eine Anleitung, wie viel sie anschlägen müssen, welche Nadelstärke sie nehmen müssen. Das ist hier drin. Das ist ein Babydeckel. Hier liest man ein glattes Stück. Einfach ein Viereck. Und das kleine Köpfchen in eine Ecke nähen. Wie lange hat man hier dran? Vielleicht zwei bis drei Stunden, je nachdem. Das arbeitet man in dieser Zeit.